Robbe hier und willkommen zurück zur neuen Folge von SimCity Build It. Ja, holen wir immer erstmal die Rohstoffe ab. Ja, das Lager ist schon wieder voll. Nee, immer das gleiche. Ja, ich würde mal sagen, ja, ich habe es natürlich so ein bisschen aufgespart hier für die Folge. Wir bauen ein bisschen was aus. Hier, ein Gebäude, zack, rein da. Das nächste Gebäude war was? Nein, jetzt ist es weggegangen. Jetzt braucht er wieder irgendwas. Oh, Metall. Aber das hatten wir doch hier, beziehungsweise das können wir doch ganz schnell machen. Alle mal rein damit, hier einsammeln. Dann können wir den gleich auch noch ausbauen. Ja, was habe ich Neues? Mein Hafen ist fertig. Mein Hafen ist fertig. Da schauen wir auf jeden Fall gleich rein. Und ein bisschen Kohle habe ich wieder gesammelt. Da können wir auf jeden Fall gleich wieder was Schönes bauen. Haben wir da noch zwei mit? So, da ging auch was hoch. Sauber. Ja, mittlerweile auch schon 35.000 Einwohner. Also klar, je höher die Gebäude, desto, ja, da passen nicht nur 500 Leute rein, sondern dann wirklich auch mal so ein paar Tausend. Das merkt man schon, wenn man hier in die Höhe baut. Ja, aber ich denke mal, hier, der Hafen, der blinkt schon. Jawoll. Zwei Tage hat es, glaube ich, gedauert. Jetzt eröffnet. Okay, was auch immer das heißen mag da unten. Ja, cool. Was gibt es dir denn? Das Frachtschiff kommt. Okay. Was machst du jetzt, liebes Frachtschiff? Oh, meine Zufriedenheit, ne? Guck dir das mal an. 45% nur noch. Ich habe auch wieder neue Gebäude bekommen. Allerdings, ich komme gar nicht hinterher, die alten Gebäude erst mal zu bauen. Das ist eigentlich mein Problem. So, das Frasche, ja, jetzt bist du da. Da würde ich sagen, schauen wir gleich nochmal, ob ihr irgendwas noch von mir möchtet hier. Warte mal mit... Ah, jetzt tut sich irgendwas. Ah, alles klar. Frachtschiff, Angegeplatz, Frachtladen, Abfahrt in 17 Stunden. Belohnung für die Lieferung, ein Schlüssel. Ja, nice. Ja, das haben wir doch alles. Verpacken, verpacken, verpacken. Ablegen. Ja, cool. Glückwunschwürgermeister, Sie haben einen goldenen Schlüssel verdient. Mit goldenen Schlüssel können Sie sich tolle Sachen wie spezialisierte Gebäude kaufen. Ja, cool, daher kommen also die Schlüssel. Ja, nice. Die brauchen wir ja unbedingt hier für unseren Strand. Wollen wir es denn? Hier war es, glaube ich, ne? Da gab es doch das eine oder andere Gebäude. Genau hier, 12 Schlüssel. Ja gut, okay. Aber, da wissen wir, woher wir es kriegen. Ich habe auch hier das erste Teil schon bekommen. Einen Rettungsring. Hatte ich zufällig irgendwo mal hier in den Gebäuden bekommen. Keine Ahnung. Ich habe hier einfach irgendwo draufgelegt, dann hatte ich das. Wahrscheinlich ist es eher so zufallsbedingt, wie wir das auch schon von den anderen ganzen Teilen kennen. Also da gab es auf jeden Fall schon den ersten Ring. Ich hoffe natürlich, dass ich die anderen Sachen auch noch kriege, ohne jetzt wirklich hier Echtgeld reinzuballern. Aber warten wir erstmal ab. Ich habe schon gesehen, ab und zu kamen auch mal so Angebote. Hier, was weiß ich, jetzt 20% auf alles außer die Nahrung. Oder so. Ne, klar, da gab es schon mal Angebote. Dann hätte ich mir, dann würde ich mir, ja mal gucken, vielleicht mal ein bisschen an Fünfer reinstecken oder so. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, momentan macht es ja auch Spaß. Und ich möchte den Wicker ja dann meistens auch mal, oder danke ich auch dafür, dass sie so ein tolles Spiel entwickelt haben. Aber 40 ist natürlich auch richtig heftig. Da würde ich es doch eher sagen, weil mein Lager ja immer wieder voll ist, haue ich hier erstmal noch ein paar Sachen rein. Aber apropos Lager voll. Ja, ich kann, ich hatte neulich einfach mal privat hier schon ein Stück Land erweitert. Und ich kann jetzt wieder ein Stück Land erweitern. Und zwar das hier oben. Ja, hier oben habe ich eigentlich wenig. Ich würde eigentlich gerne hier am Strand erweitern. Allerdings brauchen wir fünf Schippen für und hier, hier könnten wir es. Ich würde gerne eher am Strand lang bauen, wenn ich ehrlich bin. Macht mir irgendwie, ist irgendwie schöner hier unten. Statt hier oben, weil hier oben ist eh nur Fabrik. Von der Kosten her tut sich hier auch nicht viel. Klar, das, ja doch, ich denke mal, ich werde das hier erweitern. Dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Platz. Zack, ganz unspektakulär. Jetzt einfach die weißen Striche verschoben. Mehr ist ja nicht passiert. Aber so habe ich ihn, na klar, bewerten später. Jetzt habe ich aber auch wieder mehr Platz, ne. Also die Materialien, die man dafür braucht, gehen natürlich auch hier oben ins Lager rein. So, was wollte der eine noch? Der wollte doch eigentlich die ganze Zeit Stahl haben. Deswegen probieren wir nochmal, machen wir nochmal Stahl voll. So, wo warst du, wo warst du, wo warst du? Du wolltest, ach, Nägel brauchtest du. Und du, ah, einmal Holz. Okay, dann machen wir hier nochmal Holz rein. Dann geht es hier auch gleich noch hoch. Ein schöner Park, jo. Da gibt es auch nichts. Kommt hier jetzt wieder ein Schiff an, oder wie ist das? Ah, Fraschstuhl läuft ein, fünf Stunden, alles klar. Hat eine Bestellung für, okay, da sehen wir schon, was die brauchen. Das ist natürlich auch gut. Da können wir es direkt fertig machen. Also Gemüse, Bretter und Hammer. Gemüse. Okay, da brauche ich diese Samen. Ne, was war das? Samen waren das, ne? Ja, doch, Samen waren das. Ja, hier auf eingeschaltet. Schösslinge. Habe ich allerdings auch noch gar nicht gebraucht. Genauso wie wenig wie Stühle oder Tische. Keine Ahnung, also ich habe es noch gar nicht gebraucht für meine Sachen. Und daher habe ich es, ich habe es ein paar Mal hergestellt, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie ein nervige Gebäude ist oder ob es nur richtig für die hohen Hochhäuser gebraucht wird. Ich weiß es gar nicht, weil wie gesagt, bis jetzt noch nicht gebraucht wurde. Ja genau, du brauchst 20 Stahl, die habe ich gleich. Und hier, oh, das kann man sogar, ah ne, das ist nur so zum Ziehen. Ah nein, kaufen möchte ich es natürlich nicht. Ja, was gibt es sonst? Neues. Oh, holen wir das einmal ganz schnell eben ab. Dann können wir den hochbauen. So, bist du da. Hoch geht's. Nächste Gebäude wieder. Und dann hätte ich mal gesagt, mach mal eben Samen rein, weil die braucht ihr ja für das Essen, für das nächste Schiff. Und hier dann die Mineralstoffe für das nächste Gebäude. So, was gibt es noch? Ja, wie gesagt, ihr guckt euch das an immer mal wieder. Hier, rot, kennt ihr ja von mir. Aber ist auch echt schwierig. Komm, steigt mal ein Level auf. Geht schon wieder direkt weiter mit neuen Gebäuden. Ja, und ich spare eigentlich, möchte ich nicht immer so jetzt die kleinen Gebäude bauen, sondern auch mal das etwas größere vielleicht. Allerdings hier bei Wasser hält sich noch in Grenzen. Drei. Drei ist das Delta hier. Das geht noch. Was haben wir noch gehabt, was schlecht war? Ja, Müllentsorgung habe ich natürlich noch gar nichts gemacht. Äh, da hatte ich euch ja gebeten, mal in die Kommentare zu schreiben. Ich weiß gar nicht, ich habe das Video noch nicht öffentlich gestellt, deswegen warte ich hier auch nochmal ab. Weil wenn, dann würde ich natürlich schon gerne hier die Verbrennung, denke ich mal, direkt bauen. Aber das kann auch noch warten. Polizei. Ja, da bin ich eigentlich, hm. Hm, 72.000 ist mit dem Tor, ich denke mal, ich werde die einfache Polizeiwache dann hier rechts irgendwo wieder hinbauen. Ich habe ja jetzt hier die Erweiterung. Und dann könnte ich hoffentlich, wenn ich die jetzt hier so hinsetze, ey, das probiere ich jetzt nochmal. Obwohl, das könnte ich eigentlich sogar jetzt bauen, oder? Ich, ich probiere es mal eben. Also, wenn ich jetzt dich hier wegziehe. Ja, du schreist schon nach Polizei, ich sehe das schon. So, wenn ich jetzt hier ein... Ja, nice. Okay, okay, dann muss ich es noch ein niedriger setzen. Dann würde ich das machen. Weil hier das Stück hier rechts ist auf jeden Fall das nächste, was ich hier erweitern möchte. Dann müsste es mit der Polizeiwache genau passen. Das wäre natürlich super. Ja, nice. Das mache ich. Das setze ich hier hin. Das passt genau. Dann habe ich die hier auch wieder mit Polizei versorgt. 18.000 wieder weg. Ja, was, die ganze Kohle ist schon wieder weg. Aber für einen guten Zweck, hätte ich mal gesagt. So braucht ihr nachts keine Angst mehr haben. So. Okay, das passt also. Ja, 47. Was habe ich noch neu bekommen? Das ist ein ganzer Gesundheitswesen, wie ihr seht. Hier auch noch gar nichts passiert. Ja, ich möchte eigentlich erstmal die anderen Sachen so zumindest flächenmäßig irgendwie abgedeckt haben. Was haben wir hier? Kleine Klinik. Normale Klinik und Krankenhaus. Ja, geil. Kommt natürlich auch irgendwann. Allerdings. Sehe ich den Radius hin nicht? Habe ich hier keine Straße? Ich habe hier keine Straße. Okay, dann müsste ich hier aber bald schon mal anfangen. Könnte hier eigentlich... Jawohl. Ach, Rettungsring schon wieder? Okay. Wahrscheinlich geht es danach weiter. Ah, da steht es schon. Strandabstritte. Strandabstritte müssen der Reihe nach freigeschaltet werden. Alles klar. Okay. Ja, ist ja cool. Dann kriege ich hier also die nächsten Strände auch frei. Ja, wenn ich die Ringe so nach und nach bekomme, dann denke ich mal, soll das so sein. Muss man halt ein bisschen Glück haben. So, genau. Da ging es natürlich jetzt weiter bald. Im nächsten Strandabschnitt. Dann könnte ich... Ja, müsste ich hier jetzt ein bisschen umbauen. Was heißt umbauen? Einfach nur erweitern. Ich denke mal an der Straße oder am Strand. Ja, obwohl ich ja gesagt habe, ich bin nicht so ein Fan von diesem... Ja, jetzt muss ich den... Oh, ne. Ah, ne. Der geht noch gar nicht weg. Weil hier noch der Strandabstritte noch nicht freigeschaltet ist. Bin nicht so ein Fan von diesem Kästchen bauen. Aber hier am Strand bleibt mir erstmal nichts anderes übrig. Mal gucken. Vielleicht mache ich es hier oben. Mit der... Quasi mit der Industrie so ein bisschen zicke zacke. Mal gucken. Schauen wir dann mal. Aber hier kann ich das erste Gebäude schon mit hinsetzen. Und ich glaube, ich konnte auch noch... Ja, eins konnte ich noch bauen. Komm auch nochmal hier hin. Das geht dann hier so, denke ich mal, gerade weiter. Passt also ganz... Was haben wir hier denn? Gibt's... Die Sahara. Das ist ein bisschen... Wüste. So, was möchtest du noch von mir? Die Stadt produziert Müll. Ja, das ist mir bekannt. Du... Es ziehen Sims aus. Was? Nein, nicht ausziehen. Holzbretter brauchen wir. Ne, es zieht nicht aus. 33.000 haben wir schon. Hier geht es super weiter. Okay, hier wird allemann gebaut. Hier wird allemann gebaut. Ich verkaufe auch hier wieder fleißig. Da könnt ihr... Werbung... In drei Stunden. Okay. Ja, das ist natürlich immer so, wenn man die alles schon voll hat. Und dann kommt die Werbung erst in drei Stunden und keiner kauft irgendwas. Dann ist es immer schwer, wieder was Neues reinzusetzen. Aber... Meine Freunde kaufen hier regelmäßig bei mir ein. Dafür danke ich euch natürlich auch. Ja, und denk mal, das wird's gewesen sein für heute von SimCity Builded. Ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin so am Ball. Also mir macht's auf jeden Fall riesig Spaß, hier weiterzubauen. Ja, und der erste Strandabschnitt, der kommt bald. Und dann geht's natürlich hier ab. Schön Ballermann 6. Da hab ich in einem Kommentar schon geschrieben. Mal gucken, was wir hier so machen können. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.